moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren kalender folge ich bin immer noch mit dem gras beschäftigt sollte aber gleich in den nächsten minuten denke ich mal werden wir damit fertig und dann können wir uns noch was anderes schönes aussuchen ja und wieder die ecke mitgenommen so der grasberg wächst hallo so gut war es runtergekommen wenn man sich das so auf einem haufen anguckt ob es noch ein oder zwei wagen darum liegende schau mal so dann nehmen wir erstmal dieses kleine dings hier mit sollte den sammelwagen auch anschalten so 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 gleich mal gucken welcher der anhänger besser geht ob man mit dem häxeln kann ob ich den hinten anhängen kann und er da rein schmeißt oder ich den habe 80 daneben musste nicht er gerade so bescheuert aus der halle stand weil das ist eigentlich der häxelwagen dafür wenn ich werde jetzt gleich zum maisfeld dann fahren denke ich mich interessiert das einfach ob man das maiszeug dann so da in den bunker kippen kann oder ob der auch rum heult ob ich wirklich gezwungen bin meist plus zu installieren das noch weg bringen das bisschen nach holen das noch weg bringen das bisschen nach holen eiiiieiieiieiieiieiieiiei Vielen Dank. Na, was sitzt hier? Na, was ist das? Die letzten Reste. Na, was ist das? 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 Na, was ist das?